ok das war anscheinend habe ich jetzt nicht fest abgeschlossen alles klar gut wenigstens mal einer der was richtig macht ja mensch ist es schön dass die dass die schenke das so belebt ist freut mich schön 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 wir haben jetzt abend ja jetzt bin ich fast dem hinten auf die kutsche drauf gestiegen so mit fahrgelegenheit von fahren wir nach stocky weil ich mag nicht doch komplett kloniker durchlaufen wird er bloß wegen den leuten und hier ins gauke da ist es relativ nah neben dem fuhrmann dass die das lagerfeuer halt genau hinter kloniker gesetzt haben das ist echt übel ja 212 223 jo dobrogniva dobrogniva du bist unsere neue schafschuerschärerin schafschuerschärerin so und du wohnst ja wo wohnst du ne wo ist denn wo ist denn die das schafschuppen ich muss das auf der karte sehen moment 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 da ist der pferd da ist der pferd da schmeiße jetzt die dingsbums dobrogniva nein so die ist jetzt unser tierzüchter dann stelle ich der gleich einmal ihre arbeit ein und die bringt uns mit drei landwirtschaft und 100 prozent ganze 4,8 wolle haut sich weg das ist das ist ja gar nicht mehr wie wir das verarbeiten sollen bei so auf jeden fall das audio so wie nenne ich die tierzüchterin jetzt ist da wieder nur zwei leder drin ich brauche mehr leder jetzt jagen geht jagen mach das was am besten kannst aber jetzt ist dunkel kann man schlafen bitte 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 so ich habe das nur schnell umbenennen müssen dann kann ich mir mal schnell ich laufe in die falsche richtung moment dann mache ich mir mal schnell ein feuerchen hier irgendwo also solltet ihr es gemerkt haben leute wir sind nach dem schnitt jetzt plötzlich im frühling ganz vergessen zu erwähnen für die die es jetzt nicht gemerkt haben noch mal ganz kurz erwähnt das wird sich keiner wundern ja das stimmt aber schreibt rein unten in die kommentare wenn ihr euch wundern sollte dann so mein lieber klon ich habe es geschafft ich habe geschlafen wir sollen immer noch die quest muss ich ausblenden das nervt wenn da oben die quest immer eingeblendet ist ich könnte über land gehen vielleicht finde ich ein paar landstreicher ok ich mach ich wollte eigentlich wollte ich dich beobachten und dabei essen weil ich habe mir extra was zum essen gemacht soll ich dir dann die landstreicher lassen sollte ich sie finden nee bis ich dann da dort bin bis du torten bist aber hier hier könnte nämlich welche sein das wäre das habe ich mir in jeder ecke gedacht ja aber hier hatte ich schon mal welche von daher denke ich mir dass da vielleicht welche sind nee sind keine nee sind keine gut schade 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 sagst du jetzt bestimmt bloß so was dass das ist schade sind nee dass da keine sind nee es sind wirklich keine ich meine du siehst es ja dann in den videos obwohl du guckst ja die nicht an na doch schon wo bin ich denn hier ach das ich bin jetzt direkt auf unserem obstfeld ja hallo ja hallo da sind ja richtig viele bäume ja ich war ja auch nicht untätig und da hängen die leute rum so ich bin jetzt so weit für um dich zu necken du kannst dich nicht verstecken da sitzen zwei gleiche zwei zwillinge zwei zwei zwillinge also vier nee ja nee immer nur ein zwilling ja jetzt ist jetzt nur noch ein zwingerling da weil du also du verfolgst ja ich bin jetzt ich hänge jetzt an den hacken weil ich arbeite jetzt nix ich lass dich arbeiten du hast ja wieder setzlinge gekauft oh ja stimmt das muss ich machen das muss ich machen die muss ich noch reintun ins lager die hab ich noch schmeiße mir vor die füße nein muss ich sie mir nicht raussammeln schwupps die schwapps die schwupps die ich hasse es wenn ich sie einzeln auswählen wenn ich sie nicht einzeln auswählen möchte hallo da kirschbaum zehn stück und dann haben wir noch sie pfläumchen acht stück okay der herrn also ich kommentiere jetzt doof und es dabei und schau dir zu was du magst okay es ist ein bisschen schwer kommentieren wenn man mut voll hat ja es ist dann food asmr du hast hier ein feld nicht gibt gesetzt hier was wollte ich nur ohne dich tun ja und hier auch nicht ja dann schau mal da vorne auch nicht schau mal da hier schon mal da hast du keine bäume warum nicht schau mal da auch darf da fehlt hallo nicht weg nicht weglaufen nicht weglaufen doch ich glaube vor dir weg machst du jetzt hier nur kirche nein das plaume jedoch mal lesen da ist okay und da ist kirche und hier das hier wird apfel noch okay also das wird alles apfel bis jetzt alles apfel wird weiß ich nicht aber also wenn ich du für würde ich an der stelle hier wo ich jetzt stehe apfel setzen ok es tut weh es tut so weh was nix was habe ich denn jetzt eigentlich noch dünne habe ich jetzt noch die kommen dahin bürger so eigentlich ja nicht so schlecht nur einfach mal so Ja, und dann kann ich da gemütlich sitzen, essen und dir zuschauen. Ja. Und mit vollem Mund sprechen. Hier, hier bei mir ist noch ein Feld. Das ist noch nicht besetzt. Was würde ich nur ohne dich tun? Ruhe haben, würdest du. So, jetzt habe ich noch. Was soll ich denn jetzt da noch einstecken? Pflaumen, Kürchen habe ich nichts mehr. Pflaumen habe ich noch, Birne habe ich nichts mehr. Apfel noch zwei. Na gut, dann setzen wir die doch da noch hin, die zwei. Und dann den Rest machen wir dann noch mit den... Hast du eigentlich noch Hopfen einstecken? Nein. Wie viele Hopfen haben wir jetzt da? 20 oder so? Boah, keine Ahnung, die ganze Reihe da runter. 2, 4, 6, 10, 12, 13. Also 26 mal Hopfen, wow. Nicht schlecht, Mr. Specht. Das reicht aber immer noch nicht. Wir haben jetzt immer noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unbesetzte Felder. 8. 8. Da oben ist da jetzt alles voll. Ne, hier sind auch noch nicht alle. Oh mein Gott, das ist ja auch noch voll viel frei. Ja, hier fehlen noch... Oh, da fehlt noch einiges. Obwohl, da könnte man noch mal die komplette Reihe Hopfen hier machen. Diese 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Nur so nochmal 16 Hopfen dann hier. Okay, jetzt weiß ich noch nicht, ob ich Hopfen einstecken habe. Nein, weil du nichts gekauft hast, dann Hopfen. Ja, es könnte trotzdem sein, dass ich das einstecken habe. Kann sein, aber ich bezweifle das. Ja, du hast richtig... Da sind noch 8 Hopfen haben wir noch im Lager. Cool. Das reicht halt nicht. Ne, aber zumindest für die hinterste Reihe reicht es am Zwellen, oder? 3, 4, 5, 6, 7... Genau bis daher. Genau bis zu dem Baum. Ja, wusste ich doch, deswegen... Oh Mann, ist das cool. Schön macht das. Schöne Handbewegung. Machen Sie eine typische Handbewegung. Ja. Voll der Obstheini hier oben. Der Obstheini. Der Obstheinrich. Da, 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 da. Schön. Schön, schön. Ja. Das ist nett. Ich weiß schon, nett ist die kleine Schwester von Scheiße, aber... Mhm. Aber schön, schön. Das geht nicht wegen den Feldern. Das kannst du vergessen. Das hättest du, wenn dann zuerst platzieren müssen und dann... Und dann das Tor. Äh, also erst das Tor und dann den Zaun. Ja, ist ja Wurst. Gar auch gar nicht unbedingt. Nee, ist... War nur eine Idee. Keine Wurst. Nein, das ist keine Wurst. Nett. Nee. Dachte ich. Dachte ich. Ich hab dich schon wieder aus den Augen verloren. Wobei mit dem Gockel auf dem Kopf. Also, an deiner Stelle würde ich ja wirklich hier diese Kreuzdinger hinmachen und nicht die Geraden, ne? Nein. Falt mir überhaupt nicht die Kreuzdinger. Da weigere ich mich. Da weigere ich mich. Ja, aber so ab und zu, auch wenn es dir nicht gefallen, mal mit reinsetzen, ist doch nicht schlimm. Weiß ich nicht. Meist du, als mein Essen kalt ist mittlerweile? Das ist... Ja, okay. Schluck. Schluck. Ja, mir muss es doch gar nicht sein. Einfach mal so mittendrin. Nee, 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 nee. Das gibt's doch nicht. Ah, doch, da. Ähm, dreh's noch ein bisschen im Uhrzeigersinn. So, noch ein bisschen, ja, und jetzt halt nach vorne. Also, von dir aus vor, noch ein bisschen. Du willst ja auf die gleiche Höhe wie der Zaun, oder? Ja, ungefähr. Dann nochmal ein bisschen. Weiter. Ja, okay, dann musst du den Millimeter wieder zurück. Das finde ich cool. Das gefällt mir. Oh, hast du den einen... Nee, kannst du ja gar nicht gesehen haben. Der Part ist ja noch gar nicht hochgeladen. Naja, aber ich wollte zumindest mal fragen, ob du. Aber hast du nicht. Also, von daher ist es egal. Das ist House Sandman. Hier, mit Blumenpöttchen. Und Hühnern. Das ist schon deins, ne? Ja, doch. Ja, müsste. Ja, ist ja alles gut. Alles gut. So, jetzt wollte ich nur mal gucken. Was ist denn das da für ein Haus? Ich bräuchte immer noch Leder, ne? Immer noch? Ja, ich wollte ja eigentlich, äh... Jagen gehen. Mir Leder besorgen, aber... Ja. Jetzt kücke ich noch mal ins Lager. Weil ich habe ja, glaube ich, auch noch ein bisschen was einstecken. Na, 24 Leder, glaube ich, hatte ich oder so im Moment. Ja, 24 Leder. Und im Lager sind jetzt... Zwei. Cool. Alter, was ist denn los? Ich komme nicht mehr zum Essen, ne? Ich... Übel. Also, wenn ich es kalt essen muss, das ist nicht schön. Dann... Ja. Musch nicht rum und ess. Ja, aber das geht ja nicht. Ja, also... Ich kann doch für euch hier nichts vorkauen. Also, das könnte ich zum Beispiel nicht live streamen und dabei essen. Das machen ja manche Streamer. Die essen während des Livestreams. Und das kann ich nicht. Das, das... Ne. Irgendwie habe ich das Gefühl, das gehört sich nicht. Also, kann man natürlich sehen, wie man mag. Das ist ganz klar, ne? Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das gehört sich nicht. Das hast du schön gemacht hier bei dem Lager. Was? Die Deko. Hier beim Lager und Nahrungslager. Sehr viele Lampen, aber das ist auch gut, weil die machen ja fast kein Licht. Ich finde es toll, wenn die ein bisschen mehr Licht machen würden, die Laternen. Die sind viel zu dunkel, oder? Ja. Ohne Witz, ich kann nichts mehr machen. Ich brauche jetzt Leder. Ja, dann schnapp dich deine Brustarm. Und dann geh doch einfach mal auf Tür. Tour. Ich habe keine Armbrust, außer es wäre jetzt eine im Lager noch. Na, ich kann dir meine geben. Dann gib mir mal deine. Ich brauche aber auch die Bolzen. Ja, die kann ich dir auch geben. Ein paar Bolzen habe ich, glaube ich, noch. Weiß nicht, 16 oder 17 oder so. Ruhig aber die Pfeile raus. Ah, da ist er. Dann schleppe ich jetzt dann nicht mehr drum. Dann schmeiße ich dir mal se Brustarm rein. Und die... Moment. So. 19 Eisenbolzen sind es sogar noch. Bei Gelegenheit hole ich mir einfach wieder eine in den Ortschaften. Dort macht der nichts. Das ist ja alles gut. Ich mache mich mal lautlos. Ja. Also ich verfolge dich jetzt einfach mal nur. äh, unkommentiert. So wie jetzt, gerade im Moment. Also ich sage nichts. Ja. Ich werde absolut still sein, ne? Ja. Also nicht sagen meine ich jetzt so. Hier ist kein Tier. Ne, aber ich habe gerade gewundert, was da, was das ist. Weil es schaut aus wie so ein Höhleneingang. Hm. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Vorhin war, war keine 10 Meter gelaufen und 30 Wölfe um mich rum und jetzt nichts. Ja. So wie es halt immer ist. Das ist... Ach, guck, hier, Wolf. Guck mal, guck mal, der gehört dir. Der gehört dir. Der gehört dir und der andere gehört mir. Autsch. Oh, Wildschwein. Oh. Von dem kriegst du eh kein Leder von dem Wolf. Vom Wolf kriegst du nur Pelz, oder? Ja, und da hinten ist noch mal einer. Das ist eigentlich brauchst du Tier, also Rotwild. Oh, Wildschwein gibt auch. Jetzt wollte ich den Stein häuten. Jetzt habe ich mir so, äh. Nicht viel Erfolg gehabt, ne? Ne. Äh, wir sind das auch hier. Cool. Oh, jetzt brauche ich ein Messer. Kannst du häuten? Oder nicht? Ähm, ja. Ne? Ach, ich mache mir selber ein Messer. Ja, mach. Ich habe, glaube ich, auch nur... Ich weiß gar nicht. Habe ich ein Eisenmesser? Oh, ich könnte noch Eisenmesser haben. Da kann ich dir vielleicht eins geben gleich. Also, ich bin jetzt nur dabei, ne? Also, jagen tue ich nicht. Das ist schon klar. Ja, klar. Ja. Wo bist denn du? Weil da sind nämlich nochmal zwei Wiesent. Ja, sind schon 91. Du, den da? Ich den da. Oh, und da hinten ist gleich nochmal Wolf. Hallo, Wolfgang. Wolfgang, meine ich. Wer ist auch da? Oh, Mann. Jetzt zusammen sie sich aber alle. Oh. Das blöde ist nur, wenn ich jetzt die Tiere immer häute, also wenn ich sie häute, häute, dann habe ich auch deine Bolzen einstecken. Dann gib sie mir halt einfach. Hast du jetzt ein Messer? Warte mal, warte mal. Ja, ich habe ein Steinmesser. Das reicht doch. Ja, aber ich würde dir gerne was Gutes tun. Ich habe hier 34 Eisenmesser einstecken. Oha, für was hast du so viele Eisenmesser? Sag noch einmal was zu meinen 1000 Hämmern. Ja, zum Verkaufen wollte ich die doch... Ja, ich habe auch 1000 Hämmer zum Verkaufen. Da ist nochmal ein Bolzen. Wo bist denn du? Hier. Lass dich doch mal beschenken, jetzt so zum Geburtstag. Wann hast du eigentlich Geburtstag? Ich habe es vergessen. Ich? Am 2.5. Am 2.5. Am 2.5. Bolzen. Achso, die sollten vor den Eisenpfeilen kommen. Hier, Fischstück. So, ist hier noch irgendwas? So bin ich zu dir. Was sich bewegt. Oh, ein Elch. Oh, Elchi. Und gleich daneben nochmal eine Elchi. Aber ich jag nicht. Oh, weil ich treffe eh nicht. Ich werfe daneben. Oh, du hast getroffen. Soll ich häuten? Ja. Ich sammle Stroh. So nebenbei. Mein Essen ist kalt. Also das, ne? Weißt du, wer der Schuld ist drin? Da bin ich jetzt nicht dran schuld. Du weißt schon, wer der Schuld ist drin? Ja, ich nicht. Das ist definitiv sicher. Das habe ich ja auch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, du weißt ja, wer Schuld ist. Ja. Könntest du dir einen Elch vorstellen, der anstatt so einen Stumpel hinten dran einen richtigen Schweifer hat? So einen richtigen Schwanz hinten dran hat? Ja, kommt der denn da drauf? Weiß ich nicht. Fantasy-mäßig halt. Ich treffe nicht. Wo ist mein anderer Speer? Gib ihn her. Ach da. Ach nee, das ist ein Bolzen. Wo ist ein Eisenbolzen liegen? Hast du den jetzt genommen? Nee. Ui, da. Ich hebe ihn auf. Ich hebe ihn auf. Hölfe. Ja, ich seh's. Ich seh's. Ey, wir sind auf Rudeljagd. Also wir zwei, wir sind ein Rudel. Ja. Fehlt nur noch der Pudel. Oh ja, Hunde. Ja, Hunde fehlen hier. Definitiv. Was denn? Lol. Wege lagern. Komm mal her. Moment, ich bin nicht drin. Ohne. Oh Mann. Bleib mal da stehen, wo du jetzt stehst. Ich habe von da hinten auf einen Elch geschossen. Oder auf so einen Reh geschossen. Das Reh ist weitergelaufen. Guck dir mal an, was ich erlegt habe. Wo? Äh, einen Luchs. Ich habe den nicht gesehen. Ich habe auf das Reh geschossen und schießen Luchs. Okay. Tz. Naja. Das ist Luxus. Ja. Kollateralschaden. Ja. Oh Mann, was sind das wieder für dämliche Wortwitze, ne? Das ist Luxus. Oh, da ist mein Speer. Ich habe ihn. Ich habe ihn wieder. Eißenbolzen. In einem Sieb. Achso, Hirsch. Okay, dann hast du den auch erwischt. Oh, da ist es. 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 Oh, da ist es.